Der Weltraum ist groß. Verdammt groß. Sechs Gläser Helles und zwar ein bisschen Dalli, die Welt geht gleich unter. Riesige gelbe Raumschiffe hingen reglos am Himmel. Und bedauerlicherweise ist Ihr Planet einer von denen, die gesprengt werden müssen. Du! 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 Der Planet, auf dem du lebtest, wurde geordert, bezahlt und regiert allein von den Mäusen. Wenn ich wüsste, wonach ich suche, dann würde ich es ja vielleicht nicht mehr suchen. Ich bin so deprimiert. Einschlag in 30 Sekunden. Sie haben doch gesagt, sie wollen nicht auf uns schießen. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem.